Wann ist die beste Zeit, auf Instagram Beiträge zu posten? Die Frage begegnen mir immer wieder und deswegen mal eine Antwort hier im Video. Die beste Zeit, um Internet bzw. Beiträge auf Instagram zu veröffentlichen, wann ist das genau? Kann man das tatsächlich so einfach und so profan sagen? Nein, natürlich nicht. Unsere Zielgruppen sind sehr, sehr unterschiedlich und gerade aus unternehmerischer Kommunikation, Unternehmenskommunikationssicht sind unsere Zielgruppen auch auf den unterschiedlichen Plattformen zu unterschiedlichsten Zeiten aktiv, schauen vielleicht mit ganz anderen Beweggründen in die App und wir wissen es einfach nicht so ganz genau. Zumindest nicht so, dass wir es komplett pauschal für alle sagen können. Aber es gibt durchaus Menschen, die sich damit analytisch beschäftigt haben. Unter anderem das Unternehmen Tailwind, also die App Tailwind, das ist ein Social Media Tool, was es erlaubt auf unterschiedlichen Plattformen auch zeitverzögernd zu posten, unter anderem in Instagram oder eben auch auf Pinterest. Die haben eine Studie gemacht. Anfang des Jahres 2020 haben sie 1,8 Millionen Beiträge ausgewertet und statistisch ausgewertet. Und dabei ist natürlich ein bisschen die Frage beantwortet worden, zu welchem Zeitpunkt, an welchem Tag, zu welcher Uhrzeit sind für bestimmte Zielgruppen bzw. Beiträge mit bestimmten Inhalten für die Menschen, die Konsumenten, die solche Beiträge konsumieren, tatsächlich ein bisschen interessanter. In Bezug auf, wann ist die beste Zeit zum Kommentieren oder wann ist die beste Zeit, wann gibt es die meisten Likes. Dort gibt es durchaus ein paar Tage, die herausstechen. Damit ich euch das mal zeigen kann, die Studie bzw. die Ergebnisse sind kostenfrei online. Kann man sich selber mal ein bisschen anschauen. Dort findet ihr euch mit Sicherheit auch wieder. Und in dieser Studie, die in Englisch ist, aber die Grafik ist ein bisschen selbsterklärend, wie ich finde, können wir sehr gerne mal draufschalten. Und das machen wir jetzt mal. Wir sehen also hier die Studie auf dem Tailwind-Blog hier oben. Hier oben ist die URL. Die packe ich natürlich in die Beschreibung des Videos mit rein. Aber hier vom Anfang April sind die Ergebnisse online. Hier gibt es ein bisschen drumherum Geplauder, was die Studie an sich angeht. Und hier gibt es dann tatsächlich die Zusammenfassung für unterschiedlichste Elemente und Segmente. Also zum Beispiel da, welches ist der beste Tag, um auf Instagram zu posten, um Kommentare zu bekommen. Oder was ist die beste Zeit am Dienstag oder am Mittwoch. Und hier gibt es dann die grafische Aufarbeitung. Also zum Beispiel sagt die Studie, die beste Zeit auf Instagram zu posten, um Likes zu bekommen, ist hier in den Zeitangaben der unterschiedlichen Zeit. Nicht vergessen, das hier ist nicht unsere Zeit, sondern umrechnen auf mitteleuropäisch. Das geht aber relativ einfach. Da habt ihr mit Sicherheit auch schon mal im Internet ein paar Dinge gefunden. Oder hier, bester Tag, um auf Instagram zu posten, um Kommentare zu bekommen. Offensichtlich am besten der Mittwoch. Und auch Samstag ist jetzt nicht echt, nicht schlecht im Vergleich, aber der Mittwoch ist halt deutlich besser. Also schaut vielleicht mal in diese Statistik hinein, denn es gibt natürlich auch Grafiken, die zum Beispiel für bestimmte Branchen oder Zielgruppen geeignet sind. Das ist hier zum Thema Kinder oder Weiterbildung oder Unterhaltung. Hier natürlich das Thema Gesundheit und Beauty. Es gibt unterschiedliche Zeiten und das seht ihr alleine hier schon, weil die Zielgruppen natürlich unterschiedlich reagieren zu den unterschiedlichen Zeitpunkten oder an den unterschiedlichen Tagen. Wir kennen das ja von uns selber. Wir sind an manchen Tagen eher eingebunden, an anderen Tagen weniger eingebunden und zu manchen Uhrzeiten eher verfügbar, eher schlecht verfügbar. Und dementsprechend haben wir dann vielleicht auch weniger Lust, uns diese Medien gerade anzugucken oder darauf zu reagieren, indem wir Kommentare verfassen. Also, beste Zeiten für Instagram-Posts. Schaut einfach mal rein. Das ist die Studie von Tailwind. Mir hat sie in der Vergangenheit sehr häufig geholfen, gerade im Bereich mit Kunden. Und tatsächlich lässt sich das dann nachher durch die Instagram-Insights, also durch die Statistiken, auch noch näher beweisen oder auf unsere Zielgruppe genauer abstimmen. Okay. Das war der Tipp für heute. Macht's gut.